Warbote hab ich nicht hinbekommen. Cool. Ich liebe es wie die Hitbox und der Wave so scheiße sind. Ist das ok wenn ich ein Screenshot an habe? Ich guck eh nicht, na ist ja klar. Also warum solltest du das anmachen? Warum hast du dein Zähler auf dem zweiten Monitor an? Weil ich dein Legs hab. Können wir jetzt ausprobieren ob du Legs hast? Besser nicht, ich weiß dass ich Legs hab. Besser doch. Was? Ich guck mal ob es lag. Ich hab die Laison geschafft. Hast du? Jaaaa. Du hast nichts gesagt. Jaaaa. Warum sollte ich dein Level auch Gettling fahr sagen? Das ist einfach. Fick dich, Alter. Wenn ich wirklich ein Eurostapel zu dir komme, trete ich dir erstmal zur Begrüßung fett in die Fritz, Alter. Rat mal wie viele Attempts. Unser 1.000. 1.500. Oha. Oder. Ja mach gleich. Digga. Krasser Flex. Digga. Ich hab einfach nochmal ein Level geschafft. Ja. Ja. Ja.